Don't Starve Also es scheint automatisch hier was zu wachsen und wir müssen gar nicht groß was anpflanzen, was ja sehr von Vorteil ist. Wir befinden uns mittlerweile mit Willow bei Tag 8 und hier haben wir wieder diese Schatten, die scheinbar unter uns leben und wir haben echt krassen Hunger. Ich muss mir mal ganz kurz wieder einen ganz kleinen Überblick verschaffen, was hier gerade überhaupt eigentlich Sache ist, weil ich ja jetzt auch schon ein paar Tage hier Aufnahmepause hatte. Wir werden mal die Map checken, weil ich glaube ja wir hatten ein paar Hasenfallen. Hier unten ist das andere Lager, genau hier drüben sind Fallen. Okay, die gehen wir doch mal ganz ganz kurz einfach mal kontrollieren, würde ich vorschlagen. Oh, okay. Pretty. Ja, sie zündet ja Feuer an, wenn sie nervös ist und daher gerade eins entfacht ist, dachte ich mir jetzt mal spontan, okay, sie ist vielleicht nervös. Ha, man weiß es nicht. So. Die Musik ist auf jeden Fall auch schon wieder unheilsschwanger und ja, hier haben wir Berries, finde ich sehr gut. Die nehmen wir doch auf jeden Fall gleich mal mit, dass wir dann ordentlich was zum Essen haben. Hier ist was in der Falle, sehr schön. Schauen wir mal. Ah, das sind jetzt wieder diese blöden Viecher hier. Na gut, die müssen wir mit leben. Hier ist auch so eins drinnen. Na gut, dann bau auf. Die mördern wir gleich mal hier, weil dann... Okay, Beard Hair. Ha, da kriegen wir also auch jedes Mal was anderes raus. Die Berries nehme ich natürlich mit, weil das ja eh klar ist. Und hier irgendwo war nochmal eine Trap. Hier. Okay, das sind scheinbar echt Monsterhasen oder so. Ich weiß es nicht genau. Dann werden wir auch. Oh. Ja, abbrechen sollten wir es nicht. Die Frage ist jetzt, kehren da auch irgendwann normale Hasen zurück oder bleibt es jetzt bei denen? Weil wenn nicht, dann versuchen wir doch, probieren wir doch mal mit einer dieser Fallen auch einfach einen Frosch zu fangen. Und hier haben wir ja sogar schon wieder was drinnen. Genau. Und die stelle ich jetzt mal da drüben auf, wo die Frösche sind. Au. Ach, du Schande. Unpool. Aua. Das war jetzt echt uncool. Wo war das ungefähr? Hier drüben, ne? Oh, shit. Dann müssen wir doch mal ganz schnell hin, weil da ist unser ganzes Zeug. Oh, und wir leiden an gebrochenem Herzen. Das ist natürlich extrem schlecht. Ähm, Map gucken. Okay, wir müssen noch weiter nach links. Es war jetzt natürlich echt uncool. Aber ich denke, das kriegt man schon wieder unseren Stuff. Aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen. Das ist schön, was hier jetzt auch was gewachsen ist. Äh, ich denke, dass wir, ähm, es ist gut zu wissen, wollte ich sagen, dass wir mit Willow jetzt, beziehungsweise mit den Fröschen, ein bisschen aufpassen müssen. Ich hoffe mal nur, dass wir jetzt unser ganzes Zeug nehmen können, ohne die ganze Zeit von Fröschen attackiert zu werden. So, wir müssten schon relativ nahe dran sein. Äh, ein bisschen noch. Aua, und es gibt wieder normale Hasen. Das ist natürlich cool. Die Geräusche, die sind so geil. Ich habe noch nie einen Hasen gehört, der tatsächlich so Geräusche gemacht hat. Da ist unser Zeug, okay. Und hier sind echt viele Frösche, scheiße. Ich picke jetzt einfach mal immer wieder mal ein bisschen was ab. Lauf dann ein Stück. Wir müssen ja auch aufpassen, weil es wird ja demnächst auch bald wieder Nacht werden. So, komm schon. Nimm mal dein ganzes Zeug hier. Kommt schon wieder so ein blöder Frosch. Genau. Und jetzt nimmt es die Brüse noch. Dann checken wir die Trap. Und die nehmen wir natürlich gleich mit, weil das bringt so gerade erst mal nichts. Und dann stellen wir die doch mal hier auf, wo auch viele Hasen sind. So. Und dann könnten wir ja rein theoretisch mal die anderen Fallen noch kontrollieren. Vielleicht sind da jetzt ja normale Hasen wieder reingegangen in die Falle. Was natürlich schön wäre. Wo ist denn unsere Axt hier? Die equipen wir mal. Sicher ist ja sicher. Okay, das ist jetzt schon mal cool. Das ist ein normaler Hase. Can't carry more stuff. Dann esse ich mal schnell was. Dann können wir den nämlich mitnehmen. Hervorragend. So, Bären sind noch nicht nachgewachsen, vermute ich. Aber den Samen können wir noch mitnehmen. Und dann würde ich vorschlagen, gehen wir mal zurück Richtung Base. Und gucken mal, ob wir da ein klein wenig mehr ausbauen können. Eventuell. Beziehungsweise schauen wir mal, was der... Die Pflanze, die wir da jetzt in unserem Garten haben. Was die Nahrungseffizienz bringt. Ob das besser ist, als das Zeug, was wir einsammeln. Würde mich schon mal interessieren eigentlich. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Oh, cool. Was haben wir denn hier? Harvest Crop. Naja, dann harveste man halt mal. I can't carry more stuff. Das macht mir jetzt gerade erst mal nichts. Den lege ich mal hier ab. Das ist auf jeden Fall ein Kürbis. Das ist ganz gut. Was haben wir denn hier noch? Monster Meat. Ich nehme mal ein bisschen hier Holz und mache das Feuer an. Und werde dann mal die Sachen hier ein bisschen durchkochen. Nee. Und dann werden wir die auch gleich essen, würde ich vorschlagen, weil der Hunger ist ja nicht gerade besser. Und ich sehe auch, am Feuer direkt wird es nicht ganz so kalt. Das fallen wir uns jetzt einfach mal rein hier. Genau. Dann können wir nämlich den Pumpkin-Pickner. Und was haben wir denn noch? Das Monster Meat kochen wir mal durch. Nein. Jetzt hat die das gegessen. Ja, flippst du aus. Echt. Also kein rohes Monster Fleisch essen, Mädel. Denk doch mal nach. Hach. Hach. Jetzt machen wir den Kürbis. Heißer Pumpkin. So. Okay, sie ist wieder nervös. Aber sie kann ja keinen Feuerschaden nehmen. Das ist ja ihre Fähigkeit. Das ist ja das Tolle daran. So, dass ich jetzt einfach mal am Feuer stehen bleibe. Die Temperatur steigt. Können wir ja irgendwie der Gesundheit eigentlich was Gutes tun. Was ist hier? Frog Legs. Oh, okay. Ja, erstmal doch mal Froschbein. Schön. Dann würde ich vorschlagen, brauchen wir vielleicht mal hier oben auch eine Kiste. Wo sind denn die jetzt drin gewesen? Hier, glaube ich, oder? Boards, Rope. Ähm. Ich bin verwirrt. Wo war denn hier die Kiste? Survival Trap. Hier ist es Feuer. Hier ist die Basic Farm. Tools. Nein. Mann, da spielt man mal ein paar Tage nicht. Und schon weiß man nicht mehr, wo was zu finden ist. Science Machine. Haben wir ja schon. Grassuit. Könnten wir bauen. Ah, hier ist die Truhe. Da brauchen wir drei Bretter dafür. Und die Bretter, die gab es hier. Okay, wir müssen mehr Holz sammeln. Am nächsten Tag. Wir brauchen definitiv mehr Holz. Was kostet eigentlich so eine Basic Farm? Brauchen wir mehr Gras und mehr Dung. Okay, weil da könnte man vielleicht auch noch zwei, drei weitere bauen. Hab ich... Eigentlich... Sieht nicht so aus. Gut. Den kochen wir mal noch. Was ist das denn hier? Na gut. Wo hat sie denn ihre Leiter? Hier, ihr Licht. Genau. Augen in der Dunkelheit. Hier auch. Aber wenn ich hingehe, dann verschwinden sie, ne? Auch interessant. Und ich hab so die Befürttung. Wir brauchen eine weitere Axt demnächst. Und wir bleiben mal am Feuer ein bisschen stehen, dass unsere... unsere Gehirnstruktur nicht noch weiter verfällt. Das wäre nämlich echt fatal. So. Jetzt wird's gleich Tag. Genau. Vorrangt. Ich hab hier fast nichts mehr, wo ich im Inventar noch Platz hätte. Deswegen schau jetzt mal hier unten. Hatten wir ja schon eine Chest. Und dann ganz kurz wieder das Örtchen finden. Mal hier auf dem Map schauen. Ah ja, genau. Wir sind fast da. Hervorragend. Weil hier haben wir doch bestimmt auch noch Sachen drin. Zum Essen ist hier einiges am Start. Und Gold. Das Gold packe ich mal mit hoch. Den Morsel packe ich mal mit hoch. Hm. Where did this come from? Ja, wo kommt das nur her? Man weiß es nicht. Ähm. Ich würde mal vorschlagen. Den packe ich auch mal rein. Oh. Ist ja schon wieder nervös. Was ist da los? Und dann gehen wir mal ein bisschen Holz hacken. Ach. Verdammt. Ich brauche. Ich brauche. Wo finde ich denn? Wo finde ich denn hier? Zaplings. Hallo? Ah. Hier ist einer. Hervorragend. Weil dann können wir mal eine Weile Axt craften. Und holen uns die Zaplings hier auch noch. Aber dann können wir uns dann nachher auch noch wieder, wenn die durch ist, weil wir gehen jetzt mal ein bisschen Holz jagen. Äh. Und dann können wir uns dann nachher auf jeden Fall noch ein paar mehr Äxte machen. Das ist ganz gut. So. Ich hacke jetzt einfach erstmal um. Und unser Hirn ist ganz schön verkümmert, muss ich mal so anmerken. Komm. Fall um. Hervorragend. Dann machen wir den hier auch gleich weg. Genau. Und den hier. Sehr schön. Ach komm. Scheiß drauf. Wir fällen einfach gleich alle. Wir haben ja dann diese, diese schönen Tannensapfen. Mit denen können wir ja wieder neue anbauen. Und solange es noch nicht Nacht ist, ist das alles cool. Zack. Chop, 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 chop. Yeah. Hopp, hopp. Ah, okay. Axt kaputt. Neue Axt craften. Und weiter geht's. So, dann machen wir den hier. Und mich würde auch mal interessieren, ob man vielleicht rein zufällig auch diese alte Truhe und so hier, die wir hier schon gebaut haben, ob man die wieder abbauen kann und mit hochnehmen könnte. So, bezüglich des Umzugs. So, ich sammle jetzt einfach mal ein bisschen rein hier. Alter. Nein. 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 Ach man. Verdammt. Was soll das? Warum ist die gute Frau denn so nervös? Ist doch scheiße. Also, nicht liegen lassen, gleich einsammeln. Dann haben wir weniger Schaden, wenn sie wieder was entzündet. Scheiße. Wann war das jetzt viel? Alles weg. Ist doch kacke. Gefällt mir gar nicht. Oh, es wird dunkel gleich. Naja, gut. Dann nehmen wir den Baum hier noch mit. Oder schaffen wir den noch? Ich glaube, die schaffen wir noch, oder? So. Dich nehme ich auch noch. Das ist natürlich gefährlich, weil wenn du mal einen Waldspazigang machst, nachts zum Beispiel, und die gute Frau wird nervös, dann hast du gleich mal einen Waldbrand am Start, ne? Ist halt auch eigentlich... Ist schon wieder keine Axt mehr. Na gut. So, jetzt wird es dunkel. Ich picke die Dinger hier jetzt noch auf. Es wird gespeichert, hervorragend. Und dann machen wir uns mal auf den Heimweg. Und packen gleich mal ein paar Holz hier. So, drei Stück mal da rein. Und dann gucken wir mal. Was brauchen wir denn? Hier brauchen wir noch... Okay, wir wollten aber erst mal, äh... Ne? Ähm... Da, 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 da. Bretter. Bretter, 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 Bretter. Genau. Vier Stück brauchen wir, glaube ich. Vier Bretter für eine Chest, wenn mich nicht alles täuscht. Und wo war die jetzt nochmal? Die war doch hier. Genau. So, die machen wir jetzt da hoch. Hör auf zu brennen jetzt. So, was packe ich hier rein? Den esse ich mal. Wow, die machen richtig gut Sack. Das ist schön. It's a pile of dirt. Okay, da hat man... Muss ich da jetzt... Kann ich jetzt was anpflanzen eigentlich? Oder wie läuft das? Ja, plant. Achso, okay. Nur einen. Naja, gut. Das ist ja in Ordnung. Weil da bauen wir jetzt mal noch ein paar. Dann nachher, wenn wir soweit sind. Jetzt fängt das Regnen an. Wir sollten uns also bei... In der nächsten Gelegenheit dann auch mal darum kümmern, dass wir vielleicht irgendwie mal schauen, ob wir ein Dach über dem Kopf bauen können. Toasted Seeds. Packe ich mal hier rein. Kochen wir den gleich noch. Genau. Packen den hier mit rein. Flint packen wir mal rein. Da brauchen wir auf jeden Fall noch mehr. Müssen wir dann nachher holen gehen. Bretter hier rein. Steine packe ich auch mal rein. Mal schön sortieren hier. Das da weg mit. Okay, ich kühle aus. Müssen wir das Feuer ein bisschen größer machen. Müssen wir zumindest nicht weiter auskühlen. Die haben wir gerade gestoppt. 33, 47, 69. Ei, 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 ei. Okay, was können wir denn noch machen? Sign, Schilder. Woodwall. Hm. Woodwalls. Können wir aus Woodwall dann auch ein Dach bauen eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Wir haben Tag, es regnet wie Sau. Typisch deutsches Wetter, würde ich sagen. Und wir gehen mal Gras sammeln. Und nebenbei... Wow. Hoffentlich trifft uns nicht der Blitz. Das wäre fatal. Jetzt machen wir mal ein paar Bäume fällen hier nebenbei. Da ist man noch zu klein. Kommt nix rum bei. Hier brauchen wir wieder was. Flint packe ich auch mit weg. Was sind das für Geräusche, bitte? Gehen wir mal Steine sammeln. Und... Gehen wir noch ein bisschen herumminen. Na, neben dir. Schätzelein. Zack. Sehr schön. Was wir mit dem Nitrat machen, das weiß ich jetzt auch noch nicht. Aber wir kümmern uns da nachher erst mal um eine zweite oder dritte Farbe vielleicht. Und dann nehmen wir wieder. Und dann nehmen wir. Komm. So, irgendwo war doch noch ein Rock, oder? Äh, das sind noch ein paar mehr. Alles klar. Das machen wir jetzt, bis die Pickaxe kaputt ist. Ich bin immer mal gespannt, wie viele Tage das Willow... Achso, okay. Du kannst es auch nicht hacken grad, okay. Dann nehmen wir mal die mit. Äh, was ich sagen wollte, ich bin mal gespannt, wie lang wir mit Willow überleben werden. Und das hat aufgehört. Und das hat aufgehört, hervorragend. Finde ich schön. Und wir brauchen unbedingt mehr Gras. Ich weiß aber nicht, wo wir grad Gras finden können. Hier ist eins. Sehr schön. Dann haben wir ja vielleicht Chancen, hier noch ein bisschen mehr Gras zu finden. Sieht schlecht aus. Okay, dann nehmen wir mal den Maschrum. Und sie fängt schon wieder an, alles anzuzünden hier. So, ja. Im Wald ist man ja gar nicht mal ein bisschen nervös, ne? Alles, was ich brauche, ist mehr Gras. Oh, und hier sieht es nach Spinnen aus. Da bleiben wir mal noch ein bisschen weg vielleicht, bis wir eine vernünftige Bewaffnung haben. Hier ist auch Spinny. Holen wir mal noch den Pilz hier. Und dann treten wir mal den Rückweg an, weil wir sind jetzt ganz schön weit weg von zu Hause auch. Und dann müssen wir uns auch bei Gelegenheit mal drum kümmern, was wir hier bei Dress und noch mit dem Refine und so machen können. Die Base müsste jetzt hier oben sein eigentlich, oder? Ne, noch ein Stückchen nach links, okay. Kriegen wir... Gleich wird es dunkel. Da ist noch Gras und Bären. Sehr schön. The night is coming. Und wir sind zu Hause. Da wächst das nächste. Sehr geil. Jetzt gucken wir mal, reicht es schon? Natürlich nicht. Wir brauchen noch den Dung. Alles klar. Das ist dann die Aufgabe für die nächste Nacht. Oh, wir sollten essen. Wir sollten definitiv was essen. Ich habe doch hier gerade ein paar Bären gefunden, die kochen ich mal schnell. Zumindest für den schnellen Hunger zwischendurch. Haben wir noch Samen? Ja. Samen haben wir auch noch. Und das essen wir hier aber noch ein paar Samen. Hier ist ja auch noch weg. Oh, Backe. Pupp Monster. Oh, shit. Wirkst mir extrem aus. Dress. Garland. Ich dachte, wir können nichts machen, weil uns zwei Hasen fehlen. Samen hier. Stroh. Ich habe noch ein Abfall zwölf. Das brauchen wir nicht mehr. Das büffelt sich. Und das komme ich jetzt gerade aber nicht dran. Schade. Ich habe noch Red Cap. Das brauchen wir vielleicht vorher. Ich weiß nicht, ob da noch mehr rauswächst aus dem Ding hier. Shit. Ich habe so die Befürchtung. Wir sterben an Unterkühlung hier. Drei. Na. 45. Oder? Kann das sein? Ein bisschen. Hinsoomen. Vor was hast du denn Angst da? Wie nah soll ich denn noch ans Feuer rangehen, damit ihr hier mal... Jetzt ist es endlose Nacht wieder. Ich gehe mal hier was kurz zusammenholen. Koch und kochen. Gleich essen. Tata-ta-ta. Ein bisschen Holz hier reinpacken wieder. Ja, es zeigt zwar Pfeil nach unten, aber irgendwie wird es nicht mehr, ne? Das wäre unschön. Das wäre unschön. Verdammt. Sperr haben wir noch. Okay. 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 Wohl. Wohl. Okay. 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 Lager. Aber nichtsdestotrotz, liebe Freunde, würde ich mal vorschlagen, ist für heute wieder genug. Und ob wir es überleben werden, ihr erfahrts in der nächsten Episode. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und bleibt sauber. Ciao. 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 Ciao.